Hallo zusammen, ich bin die Dani und heute backen wir Käsebrötchen, aber ohne Hefe. Zuerst muss der Backofen vorgeheizt werden, Ober- und Unterhitze auf 190 Grad und später, wenn die Brötchen gebacken werden, dann stellen wir die Zeit ein für 20 Minuten. Die Zutaten, eine Tasse Milch, ein Päckchen Backpulver, eine Tüte geriebenen Gouda-Käse oder Edema, Salz, Oregano oder andere Gewürze und ich gebe immer geröstete Zwiebeln dabei. Und was ich noch vergessen habe, 300 Gramm Mehl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 部 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.